was geht abgemütet als black browser game hier mit einem weiteren part von getting over it ja und ich versuche mal die tastatur zu nehmen aber aber naja aber das klappt ja alles okay ich habe vergessen schon wieder vergessen wie wie schwierig eigentlich diese steuerung geht es besonders wenn die maus so ein bisschen am wenn die maus so ein bisschen am zecken ist ja sie schon mal gut aus bisschen mehr ja sieht gut aus nein sieht nicht mehr gut aus ok gut 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 hat auch schon gut geklappt da so was ich habe und habe ich hier unten okay das kann sich ja nur umstunden an ich weiß hierbei kann man sich noch tot lachen wie man sich hier anstellen kann ich will mich einfach nur hier draußen um mich wieder hier abzustoßen jawohl ok gentle ein 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 und wieder runter so genauso wie es haben genauso nicht anders genauso wie es haben und nicht anders nein so jetzt nein war es ja natürlich abgestoßen perfekt ab und gottes willen mache ich jetzt ja nicht was soll ich denke wird vorerst manchmal ist es ist nicht hier nur die leichteste bewegung kann kann dazu fühlen dass man nein gottes will ja sehr gut okay okay so und zwar will ich hier will ich hin so ja 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 das ist gar kein team ist gar kennt nein perfekt Perfekt. Das Problem ist, man darf sich nicht zu... Ah, ich abstoßen. Hier bin ich viel zu weit nach da. Wenn ich nämlich jetzt mich abstoße, lande ich nämlich fast auf den... fast wie unten. Nein. Oh, Mann. So. Glaub mir, mir geht es genauso wie dir gerade. Ich denke auch so... Aber ich versuche, ruhig zu bleiben. Wo das schwer ist, weil mir gerade mal so richtig schön der Arm wehtut. Einfach auf dem Barrel. Einfach nur hier sitzen bleiben. Einfach nur hier sitzen bleiben. Ist auch zu viel verlangt. Mehr will ich doch nicht. Mehr will ich nicht. Mehr will ich nicht. Und lassen Sie sich dann hier abstoßen. Genau. Ich will natürlich ein bisschen gerade machen. Ein bisschen gerade. Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Nein, nicht zu viel, nicht zu viel. Das war noch nicht mal beabsichtig hier. Perfekt. Wir sind schon weiter. Das war's mal. Das war's mal. Das war's mal. Ja? Ja, ist halt so. Auf jeden Fall waren wir schon mal weiter. Hey, wir haben was mehr gesehen. Oh, es ist wieder passiert. Keep on trying. Don't let it get to you. Get in over it, ha? Get in over it, ich weiß. Aber hey, ich bin schon sehr viel... Jetzt hänge ich an einer anderen Stelle schon komplett weiter. Das war schon mal eine coole Sache. Man muss immer das Positive da drin sehen. Und zwar, dass ich jetzt inzwischen eigentlich relativ gut hier hochkomme. Los halt, ich muss jetzt hier den... ...langsam mal den Weg hier hoch finden. Ja. 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 Oh Gott, es Wellen! Oh Gott, es Wellen. Ich fahr so weit. schon mal gesehen dass ich so weit wieder hochkämpft hat auch du mich für mich stört hat wenn so ein anderer der noch hier sein lamba in text ablässt wo ich nicht alleine die leute hier sondern wenn Das hier ist nicht Sexy Hiking. Das hier ist Sexy Hiking. Jawoll. Ja... Nein, du... Wer? Wer? Kann das jetzt schwer sein? Nee, also... Oh, das wäre... Aber man sieht schon, ich habe gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man sich selber den Prozess komplett in den Arsch machen kann. Indem man zum Beispiel hier komplett abputscht. Ein Stück weit! Wie ist das? Oh... 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 ... Oh... Und das macht das Spiel uniquely Frustrating. Aber ich bin nicht sicher, Jaso Intended zu machen. Die Frustration ist einfach zu der Art von Climbing. Und es ist authentisch zu dem Prozess von einem Spiel über Climbing. A funny was mir passiert, als ich war dieser Mountain gebaut. Ich habe eine Idee für eine neue Obstacle. Und ich habe es, test es. Und es würde normalerweise nicht so schwer sein. Aber ich konnte mich nicht mehr bringen, um es zu machen. Ich habe das Gefühl, dass meine Inhabilität über die neue Obstacle war meine Schuld, als Spieler, nicht als Builder. Imagine, wie die Mäste sich von unseren Efforten aufzunehmen. Und es ist unsere repetierten Attempten zu erreichen, die die Mäste sich in etwas realisieren. Ich weiß nicht, was ich bin. So, bevor ich jetzt hier wieder abstürze, bevor ich jetzt hier wieder abstürze, würde ich sagen, ich mache es hier, einen kleinen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo dalassen, dann oben bleibt es mit Freunden und Bekannten und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder beim nächsten Video.